Liebe Spaßgesellschaften, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Cäsar 3. Bei uns ist zugegebenermaßen ein bisschen die Kacke am Dampfen, wir haben nämlich hier Feindkontakt und das ist schlecht. So, allerdings was nicht schlecht ist, ist, dass wir schon unsere Trüppchen hier haben, deswegen können wir die Gott sei Dank schon einmal bewegen. Die Truppen, die kamen übrigens ganz am Ende nach der letzten, äh, quasi direkt nachdem ich abmoderiert habe, kamen die Truppen, deswegen nicht wundern, dass ihr das vielleicht noch nicht gesehen habt. So, ich hoffe, die gehen jetzt auch den Weg, den ich für die vorgesehen habe. Ja, der Geist des Mars hat sie niedergesteckt, oh, sehr geil, Mars, ich liebe dich, du bist ein Böller und Leute, guckt mal, wir haben es sogar mit den Finanzen hinbekommen, ist das herrlich. So, holen wir mal unsere Trüppchen wieder zurück. So, zack, alle wieder ins Vor. So, jetzt können wir erstmal anfangen, ganz in Ruhe unsere Stadt mal ein wenig auf- und auszubauen, denn man muss gestehen, daran scheitert es ja gerade dezent. Ja, warte mal, hier oben muss auch ein Markt hin, damit die hier alle versorgt sind. Ich muss doch kurz schon nicht, die letzte Aufnahme ist wie immer ein paar Tage her, deswegen, ne, nicht wundern. Ich brauche mal wieder so einen kleinen Überblick. Na, machen wir doch da noch eine Bibliothek, bin mehr. Und ich bin schon wieder in den Miesen, ach Gott. So, wir machen noch eine Möbelwerkstatt, die machen wir, um zumindest ein bisschen platzeffizienter zu arbeiten, machen wir die mal hier hin. Oh, dann könnten wir sogar hier noch eine bauen, sehr geil. Was, wo, wer? Ach, Feinde von den Toren, ja, das hatten wir doch schon. Oh, und jetzt ist das Sägewerk hierhin eingestürzt. Meine Fresse, nee, aber ich habe jetzt blöderweise, fällt mir gerade ein, den Baum da weggemacht. Das ist jetzt natürlich ganz schlecht, weil die Bombe, die kann man nicht mal eben nachsetzen. Die sind jetzt halt weg. Jetzt muss ich gucken, wo ist der nächste Spot? Da ist einer. Ja, selber schuld. Da war ich irgendwie ein bisschen geistig umnachtet in dem Moment, muss ich gestehen, zu meiner Schande. So, wo fehlen denn jetzt noch angestellt? Da muss ich einmal kurz schauen. Industrie und Handel, nee, Gott sei Dank nicht in der Nahrungsmittelproduktion, das ist schon mal gut. So, what else? Entfernter Schlacht. Ja, gut, okay, das ist was, damit können wir alle, können wir leben. So, wir brauchen allerdings mal wieder ein paar Partys, deswegen erst mal hier ein kleines Fest. Cesar steht momentan, oh, der ist unzufrieden. Das ist natürlich schlecht, deswegen schicken wir ihm mal ein großzügiges Geschenk, damit wir ein bisschen in seiner Gunst steigen. Aber wir konnten den Tribut nicht bezahlen. Ja, das haut natürlich immer übelst in die Gunstwertung rein. So, Migration haben wir hier Gott sei Dank sehr gut. Haben wir sehr gut, genau, die Migration ist sehr gut, wollte ich sagen. Was ich aber noch nicht so ganz checke, ist, warum braucht die Nahrungsmittelproduktion so lange? Wisst ihr was? Ich mache hier mal diese Farm weg und mache dafür ein Silo hier hinten hin. Ich glaube einfach, die Wege sind so lange. Wenn ihr mal guckt, wie lange die von hier brauchen. Da sind die schon... Ja, wobei jetzt geht es, wenn sie da durchgehen, aber... Naja, okay, wir brauchen auf jeden Fall kürzere Wege grundsätzlich. So, jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Jetzt können wir es ein klein wenig ruhiger angehen. Möchte ich zumindest mal meinen. Ja, das hört man doch gerne. So, eine Schule ist nur Durchschnitt, das geht natürlich gar nicht. Drum machen wir hier hinten noch eine Schule hin. So, die Party war super, finde ich schön. Kommt direkt das nächste fest. So, einmal kurz die Wasserkarte. Und da. Können wir nämlich hier schon mal... ...ein paar weitere Häuser machen, auch wenn wir eigentlich das Geld gerade gar nicht haben. Oh, da sollten wir mal schleunigst aufpassen. Wird mir gerade erschreckenderweise klar. Ich habe leider nicht befugt, wie sehr wir schon in den Miesen sind. Also, ich meine, wie lange wir in den Miesen sind. Verkaufen wir überhaupt noch alles? Ja. So. Der kauft Möbel und Eisen. Warum ver... Doch, Möbel verkaufen wir schon. Ja, mehr gibt es leider nicht zu verkaufen. Schade. Ach ey, jetzt noch ein paar Karawanen, die was kaufen. Aber irgendwie kommen gerade so gar keine. Was ziemlich wieses. Der kauft Waffen. Ich würde sagen, wir brauchen noch eine... Na, Moment, stopp. Bevor ich jetzt wieder Geld ausgebe... Es sind zwar nur in Anführungszeichen 50 Dinarie, aber... ...die könnten uns im Worst Case das Genick brechen. Deswegen lassen wir das mal besser. Okay, vier Angestellte brauchen wir noch. Das ist vertretbar. Was sagen denn die Steuern? So, wir haben eine Steuereinnahme 686 und Ausgaben von 2400. Allein die Löhne fressen das schon auf. Na gut, so. Wollen wir nicht übertreiben. Wir machen mal elf. Wir können uns jetzt noch ein bisschen mehr steuern. Mit den kleinen Festen warten wir erst mal. Wir müssen nämlich gucken, dass wir dringend ein bisschen Material loswerden. Deswegen finde ich das so töpfe. Wenn die andere Karawanen... Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da kommt jemand, der Möbel und Eisen kauft. Davon haben wir nämlich ohne Ende was. Ah, toll. Jetzt bringen ja auch noch die Waffen weg. Ah, Mann. Aber wie gesagt, ich muss auch mal dringend die Waffenproduktion steigern. Oh, jetzt haben wir Arbeitslose. Auch nicht schlecht. So, bitte kauf jetzt einfach alles weg, was wir da haben. Ja, er kauft. Er kauft, er kauft, er kauft. Nein, komm, da ist doch noch Eisen über und Möbel. Ah, da kommt die nächste Karawade. Gott sei Dank. Bitte hol uns was weg. Ach, Gott sei Dank. Wir sind auf Null, Leute. Wir sind gerade rechtzeitig auf Null. Ist das geil. Und ja, natürlich wieder direkt in den Miesen. Ach, Kinders. Ist das ein Stress. So, aber sobald die Legion hier steht. Ich meine, wir brauchen grundsätzlich natürlich noch mehr Truppen, ne? Gar keine Frage. Diese Häuser zahlen so geringe Steuern, dass es kaum... So, da ist die Attraktivitätsschicht. Das muss ja nun wirklich nicht sein. So. Echt jetzt? Alles hier hätte schon eine Kasa sein können, nur weil hier ein bisschen was unattraktiv ist. Alter, was stimmt denn nicht mit euch? Na gut, wie ihr meint. So. Wir müssen jetzt immer noch ein bisschen sparen. Aber wir müssen auch andererseits gucken, dass wir möglichst schnell wieder an die Produktion kommen. Wir machen da jetzt nochmal eine Waffenwerkstatt hin. Ich bin kein sehr religiöser Mensch, aber sogar ich würde die Götter nicht so schlecht behandeln. Gut, okay, es gibt weitere Partys. Ah, okay, die anderen sind schon gereizt. Das ist natürlich schlecht. Wir sollten auch bei Gelegenheit natürlich mal weitere Tempel einrichten. Ja, unsere schöne Götter. Ich habe es ja gerade schon wahrgenommen und entsprechend gehandelt. Da müssen wir natürlich nur hoffen, dass wir hier... Was sagen denn die Löhne? Löhne, ja, die muss ich jetzt erstmal so lassen. Weil ich will nicht schlechter zahlen als rum, sonst wandern nämlich die Leute ab. Die Stimmung ist ja sowieso nicht gerade so unendlich Bombe. Also, Hauptsache es wird jetzt hier weiter produziert. Ah, Gott sei Dank, Preissteigerung für Möbel. Das tut uns sehr gut. Das finde ich wunderprächtig. Ja, und der nächste eingestürzt. Schön. Machen wir doch mal hier einen... Ingenieurspost nennen. Und da wurde jetzt jemand überfallen. Das ist natürlich gar nicht geil. Der kriegt jetzt sofort die Fresse, Dick. Oh Mann, ey. Ich muss aber echt gucken, dass wir mit den Finanzen mal in die Pötte kommen. Oh, Gott sei Dank. Der Möbelverkauf tut so gut. So, jetzt haben wir sogar mal ein bisschen Geld über, dass wir mal was bauen können, theoretisch. So, hier haben wir jetzt auch mal wieder ein volles Silo. Ihr seht also, es lag tatsächlich ein bisschen an den Wegen. So, wir haben 17% Arbeitslosenquote. Das geht natürlich gar nicht. Deswegen kommt da jetzt erstmal eine Akademie hin. Jetzt nochmal 18%. Das ist ja super. So, dann würde ich sagen, sollten wir mal einige große Tempel bauen. Ah, Moment. Stopp. Wir kommen gleich wieder in die Miesen. Da müssen wir aufpassen. Nicht, dass wir jetzt wieder mit vollen Händen alles raushauen. Das ist jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders. Warte mal. Wir können doch mal hier so eine kleine Abkürzung anfangen. Ich meine, ne? Die Straße brauchen wir ja so eh nicht. Zumindest an der Stelle in der Funktion nicht unbedingt. Echt jetzt? Hier ist es wieder zu hässlich. Ja, komm. Kommen wir halt in die Miesen. Egal. So, wir müssen uns merken. September. Und da kommt der nächste Trupp. Und diesmal haben wir keinen Schutzgeist. Okay. Das heißt, diesmal wird es wohl auf einen Kampf hinauslaufen. Moment. Moment. So, Legionäre vor. Wo sind die Lümmel? Da. Ich denke, die sollten wir schaffen. Der Suleiman und der Alibaba. Und der Ishtar und der Hassan. Ja, die kriegen von mir jetzt aufs Maul. Okay, die hohen Steuern sind ein Problem. Ja, komm. Wir gehen mal runter auf 10%. Ich meine, wir werden uns früher oder später sowieso nur noch mit Exporten über Wasser halten. Führt ja leider keinen Weg wirklich dran vorbei. So, warte mal. Ach, wir haben hier die Formation. Stimmt, man kann eine Formation machen. Das habe ich vollkommen vercheckt, ehrlich gesagt. So, wo kommen sie lang? So, einmal bitte davor. Da bin ich mal gespannt. Das wird jetzt auf jeden Fall der erste Angriff, wo wir tatsächlich kämpfen müssen. Ich habe leider noch keine Abwehrtürme. Hm, da sind ein paar Wölfe. Schade, dass die sich nicht um die Feinde kümmern. Oh, oh, die Wölfe bewegen sich. Ha, verdammt. In die falsche Richtung leider. So. Hoffen wir mal, dass es was wird. Aber ich bin optimistisch. Ach, Gott sei Dank. Da war ein Export und der tat richtig gut. Aber ich stelle euch mal hier ein bisschen weiter nach vorne und euch noch näher ran. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob ihr durch die Mauer hindurch angreifen könnt. Aber möglicherweise geht es, ja? Oh, unzufrieden mit den Bedingungen. Oh, Gott. Jetzt wandern viele Leute aus. Okay, ich muss die Steuern senken. Geht nicht anders. Jetzt ist es soweit. Die Leute hauen mir ab. Cheater. Leute sind unzufrieden. Die hohe Arbeitslosigkeit. Ja. Ich weiß, ich habe viele Baustellen. Dessen bin ich mir erschreckenderweise sogar gewahr. Und wie kriege ich es hin? Ich brauche mehr Jobs einfach. Dann machen wir doch einfach mal einen Mauer Steinbruch. So. Hier noch einen perfekten. So. Die werden gleich unsere Mauer eingerissen haben. Und wir haben wieder unseren Soundbuck. Schade. Ich habe mich so gefreut, ohne Soundbuck spielen zu dürfen. Und so. Da sieht sie. Äh, Legionäre, warum geht ihr nicht vor? Warum gehen denn jetzt unsere Fan-Campfer nach vorne? Ach so. Ah, okay. Das lag in der Formation. Gut. Soweit alles klar. Soweit verstanden. Aber es kann sein, dass mich das jetzt durchaus ein paar Truppen gekostet hat. Alter, warum werde ich jetzt ständig beklaut? Meine Fresse. Nee. So. Na, Forum haben wir da hinten schon eins. Ja, die Leute sind unzufrieden. Ich weiß es doch. Feinde nähern sich der Stadt. Gut. Das ist vertretbar. Wir lassen jetzt mal die Lücke. Wir müssen jetzt allerdings echt mal gucken, dass wir uns um die Arbeitsplätze kümmern. Ich würde sagen, wir machen jetzt deswegen erst einmal. Erstmal ist es gut. Aber wir machen unter anderem deswegen ein Kolosseum. Oh, bitte. Oh, jetzt jemand, der Eisen kauft. Das wäre so goldig. Nein. Vielen Dank.